Psychiatrische Symptomatologie bei Demenz Bei vielen älteren Menschen wird die Demenz von psychiatrischen Symptomen begleitet, besonders oft von einer Depression. Die Demenz kann mit einer ganzen Reihe von psychiatrischen Symptomen einhergehen. Im Englischen hat sich dafür der Fachbegriff BPSD als Abkürzung für BH4-Ral- und Psychologikalsymptoms auf Demenzia durchgesetzt. Verhaltensauffälligkeiten und psychologische Symptome lassen sich in der Tat bei vielen Demenzkranken feststellen. Sogenannte Agitation, darunter versteht man krankhafte Unruhe und Zittern, ließ sich in einer Studie mit Alzheimer-Patienten bei mehr als einem Drittel der Betroffenen beobachten, genauso wie aggressives Verhalten. Ebenfalls weit verbreitet waren wahnhafte Symptome und Halluzinationen. Gerade die psychischen Symptome stellen eine hohe Belastung für das Umfeld des Erkrankten dar. Betreuungsaufwand und psychische Belastung steigen, als letzter Schritt bleibt pflegenden Angehörigen oftmals nur die Institutionalisierung des Patienten, also sein Transfer in ein Pflegeheim. Etwa 100.000 Menschen in Österreich leiden an einer demenziellen Erkrankung, Tendenz steigen. Bis 2050 soll die Anzahl der Betroffenen auf 230.000 anwachsen. In 60 bis 80 Prozent der Fälle ist die Alzheimer-Krankheit der Auslöser. Auf den Plätzen 2 und 3 folgen die vaskuläre Demenz, 15-20 Prozent, und die Demenz mit Levy-Körperchen, 27 Prozent. Bei vielen Patienten kommt es zu Mischformen. Depression Demenz und Depression zählen nicht nur zu den häufigsten Erkrankungen im Alter, sie könnten auch in direkter Verbindung zueinander stehen. Krisen in der Lebensmitte minus zwischen Ende 30 und Mitte 50, sorgen für ein deutlich erhöhtes Demenzrisiko, wie aktuelle Forschungsergebnisse belegen. Auf der anderen Seite weisen mehr als zwei Drittel der Demenzkranken im Laufe ihrer Krankheit zumindest eine depressive Episode auf. Einsamkeit, der Verlust körperlicher und geistiger Fähigkeiten und der Tod des langjährigen Partners begünstigen die Entstehung einer Depression. Hinzu kommt der Schock, den die Diagnose einer unaufhaltsam fortschreitenden und unheilbaren Krankheit mit sich bringt. Gerade in der ersten Phase der Auseinandersetzung mit der Krankheit kommt es bei Betroffenen zu lebensübertrissigen Gedanken und Todesfantasien. Plus plus mehr zum Thema, Depression plus plus Pseudodemenz. Depressionen können zu kognitiven Störungen führen. Bei den Patienten kann sich heftige Verwirrtheit einstellen, ebenso wie Vergesslichkeit und Apathie. All diese Symptome deuten auf eine Demenz hin, weswegen das Phänomen lange Zeit unter dem Begriff Pseudodemenz geführt wurde. Psychische Störungen bei älteren und dementen Patienten werden oft zu spät diagnostiziert oder gänzlich übersehen. Einerseits werden die Erkrankungen fälschlicherweise als Folge des Alters angesehen, andererseits von augenscheinlichen körperlichen Problemen überlagert. Schwierige Abgrenzung Die Abgrenzung zwischen Depression und Demenz ist oftmals schwierig. Beide Erkrankungen teilen sich gemeinsame Symptome, zum Beispiel, Energieverlust, Interessenverlust, Abgeschlagenheit, Schlafstörungen, Gewichtsverlust, Konzentrations- und Gedächtnisstörungen, Libidoverlust, vor allem die milde Form der Demenz, mild kognitive Empowerment, unterscheidet sich in ihrer Ausprägung oft kaum von einer depressiven Episode. Diagnose Um abzuklären, ob beim Patienten eine Demenz oder eine Depression vorliegt, wendet der Arzt psychiatrische, neurodiologische, labomedizinische und neuropsychologische Untersuchungen an. Zunächst gilt es, Symptome zu identifizieren, die eindeutig auf eine Depression hinweisen. Darunter fallen Schuldgefühl, Klagen über geistige und körperliche Einbußen sowie die sogenannte Somatisierungsneigung. Dabei erleben die Patienten Beschwerden, für die sich keine körperliche Ursache finden lässt, schreiben den Symptomen Krankheiten zu, an denen sie gar nicht leiden, und laufen von Arzt zu Arzt auf der Suche nach einer Diagnose. Wesentliche Unterscheidungsmerkmale können auch mittels neuropsychologischer Tests herausgefiltert werden. Bei depressiven Patienten kommt es in der Regel nicht zu Störungen der Sprache und der Wahrnehmung. Zu den neuropsychologischen Standarduntersuchungen gehört der U-Rentist, bei dem Patienten, wie der Name schon andeutet, eine Uhr aufzeichnen und die Zahlen von 1 bis 12 an die richtige Stelle setzen müssen, was für viele Demenzkranke eine unüberwindbare Hürde darstellt. Ebenso wichtig ist der Minimental-Test. Der Arzt wendet dabei einen standardisierten Test an, um anhand einfacher Aufgaben die kognitive Situation des Patienten abzuklären. Überprüft werden unter anderem Sprachgefühl und Gedächtnis. Anhaltspunkte für eine depressive Erkrankung liefert die Geriatrik-Depressionsskala GDS, eine 15-Fragen-umfassende Selbstbeurteilungsskala. Zu guter Letzt kann der Mediziner auch auf die Magnetresonanztomographie zurückgreifen bzw. die Durchblutung, Perfusion, des Gehirns überprüfen lassen. In besonders schwierigen Fällen muss Liquor entnommen werden. Diese Körperflüssigkeit findet sich in den Hohlräumen des Gehirns und des Rückenmarks. Behandlung psychosoziale Intervention Als Therapie psychiatrische Erkrankungen von Demenz-Patienten empfehlen Experten vor allem die psychosoziale Intervention. Darunter versteht man ein Sammelsurium an Techniken. Auf lange Sicht wirksam sind auf den Patienten zugeschnittenes Verhaltensmanagement, eine Art Verhaltenstherapie, kognitive Stimulation und die spezielle Schulung von Angehörigen und Pflegepersonal. Kurzfristig Abhilfe schaffen Musiktherapie und sensorische Stimulation. Psychosoziale Intervention bietet mehrere Vorteile. Neben der Demenzerkrankung spielen bei der Entstehung psychiatrischer Störungen auch Umfeldfaktoren eine Rolle, zum Beispiel ob sich der Patient in seiner Umgebung wohl fühlt oder das Gefühl hat, alleine zu sein. Im Rahmen einer Psychotherapie kann genau darauf eingegangen werden. Des Weiteren stellt die psychosoziale Intervention eine gute Präventionsmaßnahme dar. Psychopharmaka Patienten mit BPSD sind besonders anfällig für Nebenwirkungen von Psychopharmaka. In der Wissenschaft wird vermutet, dass die Veränderungen in der Physiologie des Gehirns für die schlechtere Verträglichkeit der Präparate verantwortlich zeichnen. Ältere Menschen nehmen vielfach eine ganze Reihe von Medikamenten gegen körperliche Beschwerden ein. Beim Einsatz von Psychopharmaka muss daher auch auf mögliche Wechselwirkungen geachtet werden. Vorsicht sollte man bei der Verabreichung beruhigender und sedierender Präparate, wie zum Beispiel Benzodiazepine, walten lassen, da ältere Menschen häufig mit Blutdruckproblemen kämpfen und die Sturzgefahr ohnehin mit zunehmendem Lebensalter steigt. Als in dieser Hinsicht wirksam herausgestellt haben sich manche Antidementiva. Sie werden zwar nicht direkt gegen BPSD verschrieben, können aber teilweise Warnsymptome oder Agitation lindern. Vorsicht ist bei der Gabe von Antipsychotika geboten. Studien zeigen, dass diese Präparate Demenzpatienten und andere für Infektionskrankheiten und Herzprobleme anfälliger machen, was das Sterberisiko erhöht. Bei einer notwendigen Gabe von Antipsychotika sollte deren Indikation regelmäßig überprüft werden. Antidepressiva sind grundsätzlich hilfreich, wenn demenzkranke Patienten an depressiven Episoden leiden. Welches Präparat empfehlenswert ist, muss jeweils im Einzelfall mit dem behandelnden Arzt besprochen werden. Bei den Antikonvulsiva ist die Studienlage dünn. Einige wenige Forschungsarbeiten legen eine Wirksamkeit gegen Agitation nahe. Gedächtnisambulanz Bei weiteren Fragen zum Thema helfen die Expertinnen der Gedächtnisambulanz des Wiener AG, Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Vorstand, o.univ.professor dr.h.c.mult, dr.med. Siegfried Kasper, Gedächtnisambulanz, Leitung, Prof. Dr. Dietmar Winkler, Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien-Weringe-Gürtel 1820-1090 Wien-Telefonnummer 01404003547.